Inwiefern? Siehst du gleich? Ach, das ist da hier? Käpper auf dem Dach sind das. Ja, ne, ist klar, weißt du, du bist gerade, läuft die ersten drei Schritte und was hast du, hast du den ersten um die Ecke. Boah, Alter, was ist denn das? Halleluja. Da kennt die blonde Bitch, da hinten an der Treppe. Ich denke, du hast das überarbeitet. Ja, hab ich doch. Hat mich raten, du Schrottfilter? Größtenteils, ja. Alter Scheißseule. Du musst lachen, aber ich hatte hier auch keine Munition. Ich hatte mal eine selbststellige Spons, genau. Alter, du hast einen roten Fleck in der Fresse, Käpper. Das hatte dich gar nicht interessiert. Du stehst mir im Rücken. Ziemlich ist fünf Stück im Rücken. Du stehst immer noch. Bleib aus dem Auto weg. Ja. 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 Ach man, ihr sterbt alle nicht. Alter. Zerballert doch mehr das Auto als mich, ey. Gerochen, wo du stehst. Ich habe es gerade nur so in meinem Bildschirm vorbeifliegen sehen, Alter. Aua! Dazu krieg ich's nicht noch! Ja, ich hab dich auch gerade gesehen! Ich hab dich auch gerade gesehen! Aua! Oh mein Luki! Klar, zu zweit! Ich wollte noch ein Mensch, Sven, ich wollte gerade Dings runter holen! Naja, du wolltest runter holen, das ist so! Leg dich vor dir wieder, Bitch! Aua! Das hat mir gerade so den Arsch gerettet! Oh, Baby, sieht doch auch gut aus, alles rot vorn rum! Ah, leider ist das auch! Überall hier die Autozeile! Was ist das? Oh Mann! Ich hab keine Lust mehr! Na morgen! Egal was du jetzt! Alter! Der für Dreck von der Bank ist Spawn, Alter! What the fuck? Ich wusste es! Irgendwann kriegt sie mich dort oben auf ihrem Scheißdach! Kef weg, du Sau! Mit der Haftbombe war das! Endlich hab ich dich dort oben unten! Ich hab auch dich doch gekriegt! Alter, wie ich wegfliege! Baby, ich hab dich gesehen! Willst du dich da sichern? Nee, eigentlich nie! Ich hab keine Munition mehr! Das ist viel schlimmer! Ich bin jetzt ohne Munition! Alter! Ich hab grad die Haftbombe noch in der Hals! Und schon wieder die noch damit! Weißt du? Ey, mit der Rakete schießt die auf mich! Schau, Baby! Jetzt sind's wieder wir zwei! Wuhu! 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 Du... Weißt du... Warum auch immer du... Warum ich auch immer die... Die... Die komische Dinge dann nehmen, Alter! Was? Wuhu! Markus! Was denn? Wir haben schon lange nicht mehr gerechnet! und stehst du so weg was steckst du da hinten rum baby ich habe damit gerechnet dass du mir diesmal wieder den rücken fallen wirst alter bist du auch mal wieder runter gefallen ich wollte eigentlich billy haben also meine autos meine schönen autos hat er hier explodiert gerade alles naja ziel erfüllt der ziele mindestens doch so viele küls mit wurde der ich habe ziemlich erfüllt ich muss hätte gegner erfahren müssen aber ich habe nicht so mit autos aber ich habe markus eine taktik über kopiert aber die ganze die leute weg sprengen das war ja eher babys job gerade ich stand ja mal auf dem sachen nach dem alle weg gewirkt oder habe ich jetzt zu viel auf dem tode allesamt von mir mit den acht punkten gekillt worden ist das eine was sogar selber getötet ja aber dich auch ich hatte nur die dinge an der hand und habe die rumgeworfen und hat dann geht es hier sehr kauf hatte nur die dinge an der hand ich komme aber ich nicht auf den gründen zweig heute das ist zum kotzen heute mal lachen ist schon wieder hier im insel durch ich bin ja heute bis drei haula